Auf der Schwäbischen Alp, so sagen die Schwaben, es ist immer ein Kittel kälter, was bedeutet, wir brauchen eine Jacke mehr und die darf ich heute testen. Das ist die Heat Jacket von Bosch und die werde ich gleich mal aktivieren, damit es mir auch mollig warm wird. Wir sehen hier den roten Button, der jetzt leuchtet. Das Ganze funktioniert so, dass wir hier in der Innenseite der Jacke eine Tasche haben, wo wir den 12- bzw. 18-Volt-Akku einbauen können. Einfach einklipsen, wieder verstauen, zumachen, die Jacke natürlich zumachen, dass es uns auch direkt warm wird und dann kann es losgehen, autobeladen bzw. erstmal kratzen.